So, wir stehen hier in der Saline in Artern. Am Unstrut-Renaturierungsgebiet, der Pegel der Unstrut momentan in der Messstelle Oldesleben ist 4,06 Meter. Das heißt, wir haben die Meldegrenze bereits erreicht und befinden uns 14 Zentimeter vor Alarmstufe 1. Also man sieht deutlich den Pegel. Hier ist normalerweise im Vordergrund dann noch ein Damm. Den hat es schon übergespült. Da hinten geht ein Radweg noch lang auf den Damm. Und hier, wo die Bäume aus dem Wasser schauen, geht auch nochmal ein Weg normalerweise lang, dass es alles schon überspült.